Schön fliegen, die Hände mal übereinander nehmen, dein Kopf zusammen passen, bitte. Kopf in den Nacken legen. Das wichtigste ist eigentlich nur Körperspannung. Genießt das Fliegen. Zumindest rein, wenn das Wasser kommt die Augen zu machen. Okay, mach. Blinkt die Kamera noch? So. Schreien. Schlessie. Knie durchdrücken. Ja. Drei, zwei, eins. Viel Spaß. Viel Spaß. Juhu.